Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe meinen Job gekündigt und was passiert jetzt? Im letzten Video habe ich darüber berichtet, wie es dazu gekommen ist. Wenn es dich interessiert, schaust dir an. Und dann habe ich gesagt, ich nehme euch mit hier auf den Weg, wie es mir so ergeht. Und das Spannende ist dann an dem Tag, an dem ich aufgewacht bin, zum ersten Mal nicht in den gewohnten Tagesrhythmus reingehen, nicht der gewohnten Routine nachgehen. Das ist schon so ein Gefühl, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, aber so ein Gefühl, also für mich tatsächlich ein Gefühl der Befreiung und ein sehr, sehr gutes Gefühl, einfach nicht mehr in das Korsett gebunden zu sein. Gleichzeitig hat man natürlich auch nicht mehr die Struktur. Und das haben mich immer wieder Leute gefragt, was machst du jetzt eigentlich den ganzen Tag? Wie gestaltest du dir den Tag? Und ich glaube, das beschäftigt tatsächlich Menschen, die sonst jahrelang in so einem gewissen Korsett gebunden sind, wenn sie plötzlich komplett sich die Zeit frei einteilen können. Ich selbst hatte das gar nicht so, weil ich in meinem Job auch schon relativ viel frei und selbst einteilen konnte. Das heißt, mir ging es da gar nicht so, dass ich dachte, hey, was soll ich jetzt eigentlich machen? Sondern ich habe erst mal einfach die Zeit genossen, die Zeit für mich zu haben und habe die Dinge gemacht, die einfach die letzten Jahre zu kurz gekommen sind. Das heißt, ich bin auf Reisen gegangen, aber in dem Fall mit Freunden oder mit meiner Cousine oder mit meiner Mama, mit meinem kleinen Bruder, die ich einfach nicht gemacht habe die letzten Jahre. Da waren es mir geschäftliche Reisen und habe genau diese Dinge gemacht, Zeit mit meiner Partnerin verbracht, all das, was zu kurz gekommen ist. Und gleichzeitig löst es natürlich auch aus, wenn man plötzlich so viel Zeit hat, dann beschäftigt man sich automatisch mehr mit sich selbst. Das heißt, man macht sich noch mehr Gedanken darüber, was will ich eigentlich so anstellen in meinem Leben? Was möchte ich so machen? Was will ich tun? Und um die Frage zu beantworten, die mir immer wieder gestellt wird, das ist natürlich die Frage, von was hast du erst mal gelebt? Ich meine, die Luxussituation, ich nenne es mal Luxussituation, ist natürlich, dass man all die Jahre in eine Arbeitslosenversicherung einzahlt und dann natürlich erst mal Geld bekommt, zumindest einen gewissen Anteil, der aber in meinem Fall mehr als ausreichend war, um monatlich einfach dort leben zu können. Und das ist auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, nämlich, wenn man natürlich in der Zeit, in der du jetzt gearbeitet hast, wenn du da natürlich, sag ich mal, Kredite aufgenommen hast, Konsumschulden hast, vielleicht noch ein Auto abbezahlst und ein gewisses Level hast an Kosten, die monatlich anfallen, dann kann es sein, dass dieser Schritt durchaus schwerer fallen kann. Wie ich das gelöst habe, die Frage beantworte ich hier in dem Video, weil mir die auch immer wieder gestellt wurde. Und bei mir ist es einfach so gewesen, dass ich gesagt habe, bevor ich wirklich, ich nenne es mal, keine Arbeit habe oder keine Arbeit mehr nachgehe, da will ich wirklich schuldenfrei sein. Da will ich keinerlei monatliche finanzielle Verpflichtungen haben. Das bedeutet, in was ich immer rein investiert habe, ich habe da auch mal ein Video zu gemacht. Und wen es interessiert, ich verlinke es euch nochmal, irgendwo hier oben erscheint das. Ich habe in verschiedene Dinge rein investiert und ich habe auch in, ich nenne es mal, sehr, sehr preiswerte Einzimmerapartements rein investiert und hatte dort zu dem Zeitpunkt, als ich dann meinen Job gekündigt habe, fünf Stück. Also ich hatte fünf Apartments und wollte aber komplett schuldenfrei sein, hatte zu dem Zeitpunkt noch einen Kredit aufgenommen und habe mir dann gesagt, okay, ich verkaufe zwei dieser Apartments und zahle meinen Kredit komplett ab und habe auch noch ein bisschen was zusätzlich dann auf der Seite. Das war so der Step, um die Frage zu beantworten. Damit bin ich schuldenfrei rausgegangen, ein bisschen was auf der Seite, natürlich noch drei Apartments, über die auch ein bisschen was an Mieteneinnahmen reinkommt, was natürlich ein gutes Gefühl ist und das cool ist. Mieteinnahmen beeinflussen auch nicht das, was du an Arbeitslosengeld bekommst. Das heißt, das wird nicht wie ein Einkommen angerechnet, weil wenn du arbeitest und dann über ein bestimmtes Level verdienst, dann wird es natürlich gekürzt werden. Wenn du Mieteinnahmen hast, dann wird das in dem Fall nicht angerechnet. Deswegen natürlich völlig unverbindlich die Info. Ich gebe da keinerlei Beratung oder sonst was, aber meine Erfahrung wird nicht angerechnet. Super Sache und damit bin ich natürlich in dieses Jahr gestartet. Und was ich gemacht habe in dem Jahr, das, also ich hatte mal geplant, ein Jahr ein Sabbatical zu machen und dort habe ich einfach all die Dinge gemacht, die auf meiner Bucketlist waren. Wenn du da mehr zu wissen willst, dann lass es mich wissen, dann werde ich mehr darüber berichten. Aber es waren in erster Linie Reisen mit Freunden, Familie, wie ich es schon erwähnt habe. Es waren auch Dinge mit, ja, einfach ein paar Sachen aus der Vergangenheit aufarbeiten, mit mir selbst sich natürlich beschäftigen. Und das ist eine spannende Sache, weil ich glaube, ganz viele Menschen flüchten davor, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil vielleicht gewisse Sachen hochkommen und das dann gewisse Ängste auslösen kann. Und da haben wir schöne Vermeidungsmechanismen, wie wir dann einfach dieses umgehen können. Deshalb, wenn du da aber keine Angst warst oder dich dem stellen willst, dann ist es eine super, super coole Erfahrung, das zu machen und dich da mit dir selbst zu beschäftigen. Und ich selbst bin jemand, der gerne mit sich alleine ist. Das heißt, ich brauche nicht die ganze Zeit die Menschen um mich rum, auch wenn ich Menschen mag und sehr, sehr viel mit Menschen gearbeitet habe. Aber ich bin auch sehr, sehr gerne mit mir selbst alleine und komme da auch gut mit mir selbst klar und habe genau das auch gemacht und mir auch Bewusstseiten genommen, wo ich niemanden um mich herum hatte. Weil das, was ganz schnell passiert und was mir auch fast passiert ist, dass ich so viele Projektideen hatte. Ich habe mir gesagt, ich könnte das Projekt machen, ich könnte das Projekt machen, ich könnte das machen. Ich könnte auch einfach mehr Zeit meinem kleinen Channel widmen und den ein bisschen professioneller aufziehen zum Beispiel. Aber da habe ich gemerkt, Stopp, Dominik, bis hierhin nicht weiter. Weil sonst tappe ich jetzt in die Falle, in der ich schon mal gewesen bin, nämlich voll meine ganze Zeit durchgetaktet, durchgeplant zu haben. Und für mich in dem Fall eine Falle, weil ich dann einfach nicht mehr den Freiraum hatte, die Dinge zu machen, die mir wichtig sind und in den Jahren dann für mich zu kurz gekommen sind. Die Frage, ob das der Fall ist, muss natürlich jeder für sich selbst beantworten. Aber bei mir ist es der Fall gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, Stopp, nicht in die ganzen neuen Projekte rein, sondern hier erst mal Pause, Pausentaste drücken, Reset und wirklich dieses Jahr, mindestens dieses Jahr, mir Auszeit nehmen. Am Ende ist es mehr geworden als ein Jahr. Es ist tatsächlich ein bisschen länger geworden und ich habe auch eine geniale Geschichte gemacht, was immer ein Traum von mir war, mal eine Ayurveda-Kur zu machen und die direkt in Sri Lanka, was ich auch gemacht habe und war dort sechs Wochen lang, was auch so eine geniale Erfahrung war, weil ich auch dieses Land sehr, sehr lieben gelernt habe. Meine Freundin ist davor schon mal da gewesen und hat gesagt, das musst du unbedingt mal machen und diesmal hatten wir die Möglichkeit, dann das zusammen zu machen, zumindest eine Zeit lang. Sie musste dann wieder zurückarbeiten. Ich bin auch ein Tickchen länger geblieben und habe die Zeit noch genutzt, um dort surfen zu gehen etc. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt und wichtiges Learning für mich, wirklich sich bewusst diese Auszeit zu nehmen und nicht in die ganzen Projekte reinzugehen. Ich glaube, dass es Menschen passieren kann, die eben dort einfach sehr, sehr driven sind, was einfach verschiedene Ideen anbelangt, die im Kopf rumspinnen. Und ich weiß auch, dass es sicher viele Menschen gibt, die es überhaupt nicht haben, sondern die dann wirklich tatsächlich gar nicht wissen, was sie machen sollen, wenn sie jetzt nicht ihrem klassischen Job nachgehen, anhand der Fragen, die ich gestellt bekommen habe. Weil ich habe immer wieder diese Frage gestellt bekommen, Dominik, was machst du jetzt den ganzen Tag? Wie strukturierst du jetzt deinen Tag? Oder Grüße an meine Tante gehen raus. Sie hat mir die Frage gestellt, ja, du musst doch irgendeine Aufgabe haben, sonst fällst du in ein Loch rein. Du musst doch dort was machen. Das kann nicht gut gehen, wenn du da erstmal jetzt nichts machst. Du brauchst da was. Und das spiegelt natürlich zum einen das wieder, was dann sind ja immer auch die Gedanken oder die Glaubenssätze, die die jeweiligen Personen im Kopf haben, mit denen ich dann konfrontiert wurde in dem Fall. Und zum anderen natürlich muss es damit ganz viele Menschen geben, die nicht wüssten, was sie in diesem langen Tag dann machen sollen. Bei mir definitiv nicht der Fall gewesen. Und das war so der Step, die ersten Tage erstmal tatsächlich einfach nichts gemacht und mich selbst davor gestoppt, wieder in lauter Projekte reinzugehen. Diesmal zwar nicht beruflicher Natur, sondern rein privater, aber damit dann wieder in einem anderen Loop drinnen zu sein. Davor habe ich mich gestoppt und zum Glück erfolgreich. Und dann ist es in eine andere spannende Phase übergegangen. Und von dieser Phase, aus der auch neue Sachen letztlich entstanden sind, auch neue Ideen entstanden sind, die habe ich aber erstmal nur festgehalten und nicht umgesetzt, sondern beiseite gelegt, dass sie dokumentiert sind, aber nicht direkt damit gestartet. Und welche Ideen das gewesen sind und welche Ideen ich davon dann tatsächlich später doch, zumindest mit dem Gedankespiel, sie umzusetzen, berichte ich dir im nächsten Video, wo es dann drum gehen wird, wenn das Jahr vorbei ist, das ist jetzt bei mir schon vorbei, was passiert dann? Denn nach einem Jahr endet natürlich auch der Anspruch auf Arbeitslosengeld. Dann hast du die Verpflichtung, deine Krankenkasse selbst zu bezahlen. Dann hast du natürlich mehr monatliche Ausgaben, hast keine Einkünfte mehr oder natürlich in meinem Fall noch die Mieteinnahme, aber einfach nicht mehr die Einkünfte, die man davor hatte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie mache ich weiter? Darum wird es im nächsten Video gehen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und freue mich, dich dann hier auf meinem Kanal wiederzusehen. Bis bald, dein Dominik. Ciao, ciao.